herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und ich werde wettbewerb spielen ich habe schon gestern angefangen ich bin auf platz 10 ich kann noch fünf punkte holen deswegen viel spaß ok und die erste runde geht los da haben wir fünf gegen fünf übrigens ich habe wieder meine ganzen leute hier verändert ich habe mir gedacht kommt ich spiele alle meine schwachen das bräckte ich Tch, 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 tch. Also es sind jetzt meine schwächsten Möchte, die ich hier habe. Oh, der ist dir nur durchgekommen. Oh, das ist aber gut. Nur einer gestorben von uns einmal. Ich nehme jetzt den anderen, ich nehme meinen Heiler. Okay. 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 Das war's für heute. Ich habe noch keinen Down bekommen von uns. Joll. Ah doch, zwei. Oh. Hm. Das ist doch mal nice. Super. Nur drei Queste fertig. Hm. Normal habe ich doch mehr am Anfang immer fertig. Okay, und die nächste Runde geht los. Einmal anschneiden, festhalten und eine Runde rückwärts. Irgendwie so. Jetzt nehmen wir den mal. Nee. Oh, falsche Seite. Gut. Upsa. Tut mir leid. Wir. Wir. Ah, na ja, dann schauen wir mal, haben wir jetzt den hier. Da schießt er durch, die Sau. Habt ihr das gesehen? Oh, keine Rutschutraketen, schießt, wenn er will. Oh, ein Mist, aber gewonnen. Ah, jetzt nehmen wir den hier, den langsamen. Ich war der erste, der gestorben ist. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Das war die zweite Runde und wir haben wieder gewonnen. Das heißt, ich habe jetzt keine Punkte mehr, weil pro Sieg bekomme ich drei Punkte und fünf hatte ich noch übrig. Dann werde ich gleich wieder ein anderes Wettspielen. Ich denke mal, Control weitspiele ich. Die letzten zwei Punkte. Gut, dann bis gleich. Okay, und ich habe gespielt, oder ich habe gespielt, ich werde spielen, Control, oh, ich spiele mal mit denen zusammen in ein Team. Ich brauche noch eine Goldmedaille, dann habe ich alle Daily Quests. Ach nee, bis gleich. Okay. Wir sind wieder in einem Match drin. Oh, es kommt schon schneller. Okay, es geht. Immer wenn, bei den ersten zwei Runden, die man gewinnt, kommt eine Werbung danach. Wie ich ja schon mal letztens sagte, ist, manchmal, wenn ich eine Werbung habe, kann ich danach den Hiopai nicht mehr bewegen. Wie ich ja schon mal, kann ich nicht mehr bewegen. Ja, ja. ist stockholm stockholm hat mich geschrottet wer schießt da mit Raketen? stockholm hat mich es sieht schlecht aus Gratul Es gibt noch eine Minute Jetzt ist es gut aus, oder? Ich wollte noch erkennen, wir haben trotzdem gewonnen, war knapp, keine Goldmedaille, dann muss ich noch mal spielen. Okay, aber das war's für heute mit dem Video, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.